hallo leute schön dass ihr hier seid bei minecraft wieder gut ich habe ein bisschen was getestet ich habe die mobfarben noch nicht gebaut ich dachte mir wir werden da trotzdem gemeinsam die samen an ja ein paar sachen habe ich getestet da schauen wir dann später mal dazu ich habe kein ingames sound gut dann werde ich den mal kurz neu laden wir sehen uns gleich gut habe ich neu geladen sind auch links unten einfach sagen kann man mit f3 t das dauert dann ein bisschen je nach modback kann das sogar ein paar minuten haben bei mir die keine minute genauer deswegen habe ich trotzdem gebraucht hier weil das spiel hängt sich dann auf was er nicht wundern wenn man das macht haben wir haben uns erschwert wir haben bis zur rüstung ich bin auch mal zwischendurch gestorben was so ist er sehr nett den ganz ein bisschen was ich noch wollte ist noch ein bisschen rüstung haben wir da was eisen können wir nehmen aber eisen wird wirklich also rüstungs mäßig haben wir nix wir haben wir versuchen nochmals ja auch zurecht kommen ein abgeschossen und minimi klein schrift hier wie das h sendet ganz verstehe ist wie kommt er da hoch macht ihr tot der typ er macht mich tot verschwinde weiche junge jetzt weiß ich wenigstens warum ich gestorben bin weil ich war hier am rumtüfteln weil ich euch dann später mal erklären weil mal zack zack dam dam war ein zombie und skelett hier drin ich dachte warte wo kommen die her hier kann doch nix bauen jetzt weiß ich es wo ist denn der typ jetzt da ist er das kann echt nicht sein warum ist denn der kleine typ hier so stark enderman scheiße könnten das riskieren das war cool ich habe einen kopf schon bekommen das ist mal gehen ja ich hätte gerne enderman kommt wir schaffen wir schaffen nein er hat uns geschafft scheiße ok egal verschwinde weg hat mein grabefrieden junge jetzt stirbt dafür er ist gestorben wir haben zwei käpfe schon leute also zwei käpfe das ist echt schon genial wir brauchen auch nur zwei aber ich hätte gern noch ein klima hier noch irgendwo schnell das skelett ist dämlich ein zombie wäre mir am liebsten gewesen die frage explodiert mir zu schnell fast aber vielleicht schaffen wir es genau aber nichts bekommen mal gucken gucken schnell laufen haben wir noch irgendwas da ist noch ein creeper können das noch schnell mal eingehen vielleicht mal noch ein kleber kopf der explodiert original ja ihr habt gesehen ich habe doch schon ausgeschaltet denn das haben wir doch ein bisschen zu bilder mit den ganzen block schaden überhaupt nicht ganz viel vielleicht kriegen wir dann auch zum minimi down den auch vielleicht noch dauern wie du schießt mir ab haha warum ist der gesucht denn der scheiß typ da hat natürlich auch nichts gebracht vielleicht immer den auch nein der stirbt vorher weg er stirbt einfach vor der nase gut wir haben zwei köpfe das ist das minimum was wir brauchen ich weiß gerade nicht enderman kopf brauchen wir ja sowieso dafür also ok blöd ist jetzt nur wirklich dass wir den endermen kopf verwenden müssten das gefällt mir überhaupt nicht wird jetzt noch mal da hoch gehen vielleicht finden wir da oben noch einen mob laut katz soll ja hier irgendwas versteckt sein eine spinne aber spinnen kopf gibt es einen spinnen kopf glaube ja nicht oder ich glaube nicht oder gibt es einen spinnen kopf nein mal nicht wo ist denn jetzt stirbt gut dachte ich mir das geht nicht andere sind hier nicht mehr ist natürlich doof aber ok müssen wir damit leben dann nehmen wir es halt einfach den endermen kopf wir werden doch welche wieder bekommen wir haben wieder lootbergs bekommen da wird man gleich mal reingucken ein sattel ok wenn man braucht ich brauche es eher nicht deswegen kaufst du gleich hier kann man haben wir bekommen wir haben einen lootbergs bekommen so drill core ist vielleicht nicht so verkehrt eine broken biglack braucht keiner papier können wir brauchen es darf auf traveling ja wir haben eine so so zwingend werden wir jetzt nicht brauchen weil wir haben wir hier drin noch ein irgendwo da ist auch okay das wir können den zweiten eigentlich rein durch eliminieren ging dadurch wieder zwei lootbergs interessant wenn man den auch noch ein werfen klima nix die fackel kann es auch ab oh das schaut ja mal nicht so schlecht aus fix a kit können wir wegwerfen dann war da ok ist jetzt nicht gerade das beste ist der modul hat behalten wir immer halt behalten wir natürlich die broken biglacks können wir weg tun name deck behalten wir gut mehr brauche ich nicht dann kann man den ganzen mist mal hier reinwerfen das jetzt mal auf die todespunkte da braucht auch kein mensch mehr dann fressen wir mal unser ziel ist es mal ein wir brauchen eine armen station von ender dafür kommen wir den z logik und holen dafür brauchen ein und irgendetwas grünes und scher und eisenachs brauchen wir eine schere hätten wir bringt aber nichts scher und eisenachs so mal hier gucken haben wir noch holz bisschen was dann brauchen wir natürlich eisen für eine Schere und eine Axt Axt oder ja Dafür brauchen wir aber noch zuerst mal Sticks Ja, ich verklick mich ja immer so und so, kriegen wir die Axt Dann brauchen wir natürlich noch einen Kopf Ähm, wo habe ich den geworfen? Hier oben Natürlich Ah, da ist er jetzt, ok Das brauchen wir Uh, ok Das heißt, wir brauchen Goldnuggets Haben wir hier nicht, hier haben wir Goldnuggets Wir brauchen Eisen Und wir brauchen diese Eisen-Dinger Haben wir nicht mehr, nein Ist auch nicht gut Ähm So Ist halt viel Und da brauchen wir, also Kupfer brauchen wir hier Und Ration Und Ration Kupfer machen wir auch noch Gut Dann Den 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 Einmal Bei dem werden wir zweimal brauchen Beziehungsweise den Beziehungsweise den Und dafür Das hier Dafür brauchen wir Gold und Solcent Solcent Haben wir ja hergestellt Hergestellt letzte Folge Irgendwo Da Ja Wir brauchen 4 5 Stück Ähm 4 5 mal Und 5 mal Nein Was macht der Typ Was stellt der jetzt her Wahrscheinlich Glas Ja, Sollglas Natürlich Von Natura Arschke Da ist eine Arschgeige Arschgeige Aber ich glaube das war ja aus Sand Kriegen wir das her Ja Ich weiß gar nicht mal das 1 zu 1 raus oder Nett So 5 1 runter 4 Genau 1 gehen wir raus Okay Dann halt so Äh Hier mal Das So hier wieder ein bisschen Zum Durchschmelzen Und den Mist können wir ja hier wieder reinbacken Kupfer brauchen ich glaube auch nicht mal Ja Fehlt mir ja nur noch das So So Ein Spitzverkendingsbums gelöst Kann man auch da reinwerfen Habe ich noch nicht verstanden was das bringt aber Hm Irgendwas wird schon bringen Zwei Stück erst Das dauert Ähm Haben wir da nicht Ne haben wir nicht Jetzt haben wir es so an Wenn wir das eigentlich So schon machen Das nicht mit Shift Ne Wir werden erstmal hier Close Die Wegpunkte löschen Hm Nein Ich wollte ein move Remot Werden es aber hier auch gleich einen neuen setzen Mal hier in Ecke schön Und sagen hier Wegpunkt Neu Home Oma 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 Ein schönes grün und safe So wird ja ein Wegpunkt haben Perfekt Ähm Du hast jetzt drei Das heißt zwei Stück noch auch perfekt Dann blablabla Dann blablabla Keks haben wir alles Und eigentlich Und anschauen Rein Reinere stehen wollte ich haben Bei den kriege normal Den zeit wort Es hat immer ein bisschen schwieriger Den da Bonemail und das und das erfordert Nee das da Okay Dann halt nicht Dann bleiben wir erstmal hier bei Okay Ähm Falsche Schere Die hier Gut Dann Slice End irgendwas Der braucht ich glaube Strom Das heißt wir Jetzt nehmen wir hier hin Und der braucht natürlich wieder Eine Schere und Spitzhacke Also nicht Spitzhacke Sondern Eine Axt Aus Eisen Haben wir Eisen überhaupt noch? Nein Stahl hätten wir Stahl bringen ist aber nix Steine 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 Weiß gar nicht was der braucht Ein Eisen hätten wir hier noch Dann Da Hier haben wir ein bisschen Eisen Gut Dann kriegst du noch Kohle dran Äh Mal Kohle müsste ich ja noch Etwas haben Scheiß auch nicht Ähm Ja Das heißt es scheitert ja ziemlich an vielen hier bei uns Aber okay Ähm Das Wir brauchen noch Äh Für Ne Arming Station Ein paar Sachen Und zwar das hier Dafür brauchen wir noch zweimal Solorium Das heißt Zweimal das Und zweimal gold Ergibt dann das Das und Eisen brauchen wir natürlich noch Weil wir brauchen noch eine Axt Und dickes Dann haben wir die Weil die andere geht glaube ich natürlich glaube das muss Eisen sahen Stahl Steine 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 ok dann werden wir das gleich jetzt in auftrag geben man kann ja das machen und dann brauchen wir natürlich noch kopf muss das zombie sein echt jetzt weil das jetzt kommt es sein muss machte dann aus ehrlich wir brauchen noch silikon silikon kriegen wir wie am besten sand in korscher alles meter ist klar und brust sand in the second mill ok das heißt ja sand werfen wenn wir gut sind aber hier noch ein bisschen blind irgendwo auf der seite gehabt kann man da noch ein bisschen flint reintun ein bisschen mehr raus du bist auch ready du wartest noch du lädst noch wir haben schon nacht das heißt wir können schlafen gehen wobei nicht wir brauchen zombie wir brauchen zombie kopf weil mit einem ender mein kopf wird das nicht funktionieren gut ja scheiße ehrlich ist echt blöd dass das das wir können sie ja mal testen ob er es annimmt oder nicht das dass das und unten was silikum glaube ich weil ich dreimal oder die rettung meiner mitte heißt die braun und ein rettung er geht dann weil der kopf nicht passt genau er ist damit den kopf nicht genau bei länder man hat natürlich ein anderer satze so 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 dann würde ich sagen was das mit der folge wir sehen uns in der nächsten folge und gehen dann auf zombiejagd also bis dahin viel spaß und tschüss leute aber also